Also ehrlich, ne, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dieses Level, einfach nur aus dem Fakt, weil du nicht die Finger von diesen komischen Mobsvögeln lassen kannst, dann schreibe ich unserem Vorgesetzten, ich habe übrigens eben Post gekriegt, ne, vom Bestattungsunternehmen, denen gehen so langsam die Plätze aus wegen uns, wir sollen das doch bitte, die schreiben, die schreiben ungelungen, bitte reißen sie sich zusammen und hören sie auf, sich zu benehmen, als hätten sie 10.000 extra leben. Also du hast deinen zwölften Tod, denn wievielten habe ich nochmal? Ach ja, wir haben auch noch 10. 23, soweit ich das weiß jetzt, oder? Doch, ja. Bis jetzt. Ja, bis jetzt. So, wir haben vielleicht die Hälfte, die Hälfte vom Spiel? Ja, die Hälfte? Ah, Schatz, da ist ja noch Luft nach oben. Ja, da ist auch ganz viel Platz nach unten. Wohin gehst du denn jetzt schon? Man sieht das an meiner Leiche, die steckt da immer noch. Wie, wohin geh ich schon wieder? Ich, ich versuche die Gegend zu erkunden, okay? Boah. Wo ist der denn hier? Ist der einfach nur zum Gucken? Aha. Ne, ich will aber immer noch da hoch, aber ich muss gucken, wie ich da hochkomme. Hey, hier rum. Wo, was, wie rum? Wo bist du denn? Folge meinem Figürchen. Was ist das? Denn was soll ich folgen? Meinem Figürchen. Ach so. Ah, ja, da lang den Weg, hab's über ich gemacht. Ja, klar, du hast erfunden. Nein, die, die Dings da oben. Ich kann da nicht ran, wenn du da dran bist. Tja. Oh, hier liegt deine Nummer 10. Ja. Ja. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Irgendwie stört sich ab da immer. Hier rauf, hier rauf. Und dann von hier, dahin, dann dahin, dann hier rauf. Hm, und ab hier hab ich auch keine Ahnung mehr. Okay, ich hab's bis dato schon nicht gecheckt, also von daher. Nein, 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 nein. Nein, ja, nein, nein, nein. Alter, das ist doch echt ein Witz, du. Jetzt sag ich dir, so wie es ist, das ist einfach nur Kacke. Da, die ist Kacke. Warte, wie bin ich da jetzt hoch? Hier. 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 Ich seh dich nicht mal mehr. Ja, ich komm doch grad hoch. Hier. Hier. Und da bin ich. Hallöschen, Bubülschen. Hallöschen. Du kleine Kacke. Ey, oh Gott. Jetzt hier. Dann den. Den nehm ich auch noch mit. Und dann bin ich hier oben. So, und von hier aus hab ich halt absolut keine Ahnung. Nee, geht nicht. Oh, shit. Oh, ich bin zu weit geflogen. Oh, nein, 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 nein. Okay. Alter, ich bin fast tot wieder, ne? Ja, ich muss den ganzen Weg nochmal hochgehen. Das ist doch nicht, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, dann bin ich ehrlich. Nein, 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 okay. So funktioniert es nicht. Nee, so irgendwie da oben an dem Fels, äh, Vorsprung, ist ja so ein Greifding, ne? Da muss man irgendwie ran, aber ich hab keine Ahnung wie. Ich verstehe hier nur den Bahnhof. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 ich muss sagen, die Gegend sieht schon hübsch aus, ne? Ich hab echt schon überlegt, ob ich irgendwie sowas mal als Titelbild machen soll, weil irgendwie falle ich öfter, als dass ich hier irgendwie weiterkomme. wie komme ich denn jetzt da noch mal hin hier ja du bist tot so gut wie ich will dahin 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 da und dann traurig ja bis nie geschafft ja wie soll man denn das ist doch alles wenn ich lust bist du lust sind wir lust genau so kommen hier hoch hier komme ich hoch okay 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 ich kann es schaffen ja ja der klitsche doodler alter der klitsch mir die nudel dein ernst was i live in peace my friend alter verwalter so hoch nein jetzt ja jetzt ist aber die frage was sollen die hier ist so ein fettes fragezeichen gebiet also erst mal mache ich hier das hier aber hier geht es weiter den haben wir schon und wir haben einen unentdeckt was wir haben einfach ein ding übersprungen ja ich weiß also ich brauch so eine pflanze ja aber die halten halt nicht lange jetzt aber ich habe leben geile wie wohl schon wieder ein stück weiter tun ich halte mich hier nicht lange mit alten dinge auf so alt bin ich habe noch eine geil schmack auf fahrts du bist du hast du ja jetzt war hier ok dann hier dann von hier nach hier ja soweit so gut bist du schon wieder doch super muss das ist so gott alter kack der mir auf den schädel der blöde sack sehr ekelhaft das sind diese pflanzen sich nicht mag jump in 3 du ich habe den nächsten ich kann wieder ein freischalten wir überspringen einfach das ganze level das sieht so ein bisschen tricky aus hier ich bräuchte noch mehr leben sagst du ja der der hier alle wechseln ja als gäbe es keinen morgen nicht mehr an mich dabei denkt ja wenn meine frau mir keine essen morgens machen dann wurde hier gucken wo ich bleibe oha ich bin gleich schon wieder tot ich auch wie soll ich nur hochkommen sich nicht deine schuld nein weiß ich jetzt nicht schaffe ich das schaffe ich nicht nein das war ein witz ich wollte nein ich habe jetzt gar keinen turn auf so ein kack ich habe ein halbes leben noch oder und zieht anstrengend aus ich bin immer noch auf der suche nach irgendeinem in einem fetten die 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 was ist ein ding die die irgendwie so einem gelben schlabber verbar hier kann ich was machen was ist das schlagschuss lässt deine schüsse wie ein flipper hin und her springt noch mehr kugeln mehr schaden ist gut das nehme ich ich kann noch ein das nicht ich habe euch drücke in der luft erneut auf x um zu springen drücke bei zurück und seitwärtsbewegung auf kreis um auszuweichen das haben wir schon egal nehmen wir mit nehmen wir mit geschenktes geschenk erchen legierungs detektor zeigt bei der erfassung den standort von nicht gesammelten regierung an zeigt bei der fassung der standort von nicht gesammelt worden wir haben wir das katholischen marschmellos was 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 sie sehen aus wie marschmellos die jetzt holz aufgedingstet wurden ja ich nehme alles wieder so ein ding alles mit was geht ich sag's dir was meinst du sie haben ein paar upgrades ja kann man jetzt auch diese elektroschock dinge mitnehmen warte also elektroschock du kannst hier so elektroschock dinge greifen nee die haben wir noch nicht also greifen kannst du dir aber du kannst ja nicht behalten ja schock frucht stabilisator da brauchen wir aber wir müssen die aufgabe statische panik erledigen welche ist das ich glaube dann können wir die dinger hier endlich mal kaputt machen hier drin sind ja war dabei dinge ich habe es markiert dürfte angezeigt werden da müssen wir hier ah dann hat das bestimmt was mit diesem fetten käfern zu tun diese übergewichtigen warum ich bin auch übergewichtig darf das dürfen dicke dick nennen okay das ist legal du bist nicht dick klar ist unser Fimmel vor Ort doppelt diese ach 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 reich trotzdem nicht herrhoff ist der sich in ihrem Schiff zum Glück vom Schiff gefallen weiß ich nicht ich glaube schon auch hier darf braucht mir diese dinger nicht sogar um diese türen die sich immer zu schließen aufzumachen kann sein ja doch hat einen neuen teleporter gedöhnt sie hier gemacht so was solche machen oh oh ich geh da jetzt rein oh shit das ding war grad offen hey das ding war grad offen welches ding da war grad ein Bowl diese pflanze die wir schon die ganze zeit öffnen wollen die ist offen wenn man nicht in der nähe ist ok wo genau bist du jetzt reingegangen ah ich habe einen jabber der ding dong gefunden hä aber was ist jetzt meine aufgabe keine ahnung aber wir haben auf jeden fall level aufstieg ha oh god oh ich hasse diese viecher warum wo die sehen ungefähr so aus wie ich morgens oh ui ui was machst du hier ich muss irgendwas machen aber ich weiß nicht was hallo was ist hier mit wahrscheinlich warte ah ne da kommen nur neue die sind stinkig die kleinen monster ja 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 man muss deren gelben balls abschießen ich weiß aber ich würde gern wissen was hier generell die aufgabe ist ich muss die erfülllichen elemente extrahieren um ein neues abgabe erstellen zu können ich weiß wo es ist jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich dort hinkomme und natürlich die reise überleben ok aha ich bin ehrlich die finde ich ein bisschen gruselig die dinge ich check jetzt aber nicht ganz was die von mir wollen wirst du das piekst warte 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 hab's gepiekt was hast du gepiekt diese grünen monsterchen habt ihr gerade gepiekt hä warte mal schick ich gar nichts mehr hä mach das mal weg hä wir müssen da irgendwie rein ja das stand doch gerade zum beispiel liste wo steht 1 liste eben an der seite als du eingepiekt hattest weiter geht mir das auf den sack ich hasse dieses spiel warum wenn du diese pflanze scans dann steht einfach warte dann steht da einfach boom zapp sound of my heart the beat goes on and on and on and on and ich bin jetzt ist das hä aber aber ah ok ich hab's vielleicht ein bisschen entdeckt ungefähr müssen wir einfach nur die dinge hier aktivieren ich hab keine ahnung was wir machen müssen bin ich ehrlich das wollte ich doch gar nicht das wollte ich auch nicht müssen wir einfach nur diese dass wir von zwei seiten auf einmal diesen shop dahin setzen weiß ich nicht oder wir müssen die alle auf einmal aktivieren das wäre auch schwarz wie willst du das alleine hinkriegen keine ahnung einfach jeden schlagen ich 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 verstehe ich nicht ganz ich wollte das doch mal also ich bin jetzt dahinter aber es bringt mir nix wieder hinter kannst du mich nicht sehen doch ich bin oben drauf der fest müsste oben draus sein und dann vielleicht müssen wir oben drauf springen dass keine ahnung hier drauf werfen oder so hier aber ein freundes und scheiß stabilisator stabilisator dafür was meinst du es gibt doch ein schockwellen stabilisator ja mit denen haben können wir das ding bewegen dann können wir das einfach hier drauf ballern wir haben doch irgendwie stabilisator hergestellt ja aber nicht dafür die dinge halten nur fünf sekunden lang wenn ich jetzt wenn ich jetzt nehme dann habe ich fünf sekunden ich bin mir ziemlich sicher dass wir das hier gegen diesen head hauen müssen hatte ich gern schockflucht stabilisator schreien alle schockflucht pflanzen stammen von diesem uhr ein exemplar ab ja aber wenn man den wenn wir den gemacht haben hier kriegen wir diese pflanze dann können wir ja immer einsetzen wir sollen die probe davon nehmen ja dafür müssen wir dieses feld weg bekommen ich weiß aber nicht wie du willst dass der strom schwächer wird musst du die frucht verteidigen müsste einer ist durchgekommen was wir müssen die frucht verteidigen wir müssen jetzt alle von diesen füchern töten schnappt ihr einen blitzkern von einer was also wir müssen die schocken ja das ist auch für mich selbst zu vergiften da ist noch einer so wie viele gibt es noch die kommen halt immer wieder neu wir sind jetzt bei 35 prozent durchhalten das gesagt woran kannst du es sehen rechts oben ja das problem ist ich hätte sie gerade alle gegen mich auf und ich krieg die dinger nicht tot 45 prozent oh man ja einfach so fetten klatscher okay bei wie viel sind wir 53 wo steht denn das oben oben rechts unter statisch technische panik 56% ja da kommen noch mehr ja ja da kommt die letzte welle warum die letzte 69 eigentlich müssen wir nur dieses gelbe ding da bei denen treffen ja das popoloch aber trefft ihn nicht wenn ich in der nähe bin doch nein doch nein das vergiftet mich das tötet mich überlebt das schein ist giftig boah schatz ich mach die seite du machst die andere ja ich bin dabei so lange das kacki kopf fies mich verfolgt aussteht aus der jahre und gar hau warte wir nehmen den hier und machen die tada auch wenn der permanent reinzulaufen er hat nur drei gesundheitsdinger geiler scheiß hält aber ich komme immer noch nicht rein er ist doch bei 95 Prozent erst also sorry vorsicht vorsicht ja ich sie ist ja wir haben es geschafft wie wie viel leben hast du noch stoff voll okay wenn ich mir die mal ganz ganz kurz macht den gönn ja nie weißt du was wir damit dann wahrscheinlich auch machen können europa europa diese komischen dinge öffnen türen die türen und vor allen dingen auch dass diese komischen pflanzen sich immer wieder schließen wenn wir dahin kommen welche pflanzen meinst du um im ersten schädlich zeigen dass die menschen sich hier voll die die k 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 ja ich komme nicht guck mal was wir nicht für neue post haben das wäre den tun kann neuer bericht stamm booster kann nur von dir geöffnet werden willkommen zurückforschende einsatzbericht okay ich gebe auf warum mit diesem video warum mit den videos was ist da neu viele neue guck dir mal das ganz ganz unten rechts an dieses ruf mit dem erschwein ja das dauert nicht nein es ist es ist es ist Warum? WTF? Nein. Es ist so stímlich. Warte fach Warte fach Also das danach geguckt was danach kam Ich gucke mir das jetzt alles nicht mehr an folge vorbei ja gut ich würde sagen das war es an dieser stelle Vielen dank fürs zuschauen wenn ihr das ganze gefallen hat doch gerne eine bewertung da ansonsten sehen wir uns in der nächsten folge wieder Bis dahin wünsche mir dir alles gute und tschüssi kowski